Die Projektile sind aus eisenhaltigen Metallen. In seinem Kopf befinden sich nur winzig kleine Stückchen, die gehen nicht auf Wanderung. Vielleicht wäre es ein Versuch wert, die Fragmente operativ zu entfernen. Chirurgen sagen, es wäre inoperabel, deswegen bekommt er Blutverdünnung. Sonst aber eine super Idee. Haben Sie eine bessere? Eine viel bessere. Die Kugel ist identisch mit der die Babyschuhs dem guten Joe verpasst hat. Mal sehen, wie magnetisch sie ist. Hat hier einer von euch? Ich habe ihn erschossen. Er ist tot. Er ist tot.